Bisschen früh heute Morgen! Hoi Michael, wie ist das? Ich komme morgens nicht ab, alles gut. Machst du eine lange Morgennummer, hast du nachher Leid und Kummer. Das musst du heute ertragen. Waldhimbeer. Waldhimbeer? Ah, den hat nur 18, dann trink ich nicht schon Waldhimbeer. Dann denkt der Zwie. Ah, du warst auch da! Guten Morgen! Nee, das hat mir auch keine geschehen, so. Jostalaya ist an der Heim. Die Heim, die Waldhübgeister, die Waldhübgeister. Waldhübgeister, die Waldhübgeister. Das war's nicht da, die Waldhübgeister. Wie und der ist heute gefallen? Ganz gut! Ja, sag mal, bei dem Wetter hier und so, was hältst du denn von der Tour? Die Tour, die ist einmalig schön. Also ich bin total begeistert, ich war noch nie im Zebener Wald und es gefällt mir richtig gut. Und es hat trotz vergleichsweise schlechten Wetter. Das Wetter ist doch nicht maßgeblich. Die Leute, die sind alle top, statt Essen oder was hier geboten wird. Das ist optimal. Da könnte man mit einem Strich die Nuseggen, die leckern. Ja, die Nuseggen. Und Franschenfrau reißen alles raus. Das ist Waldhimbeer. Mir ist dann egal, das schrinken alles. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Zum Woll. Waldhimbeer, sehr lecker. Sehr lecker Waldhimbeer. Hier haben wir noch einen Haar. Das ist Michael sein zweites Schwimm. Dankeschön. Prost. Auf die nächste Tour mit dir. Machen wir immer. Machst du eine lange Morgennummer, hast du nachher Leid und Kummer. Baaah.